Winzer ist der mit dem Weinbau verbundene Beruf, Begriff. Der Begriff Winzer stammt vom Lat, Winitor bzw. Winum. Für den Beruf sind im deutschen Sprachraum auch andere Bezeichnungen gebräuchlich, wie Weingärtner oder Weingärter in Württemberg, Weinziel auf Bayerisch, Weinhauer in Österreich oder Weinbauer in Tirol. In Franken ist auch die Bezeichnung Hecker verbreitet, als Berufsbegriff veraltet und nur noch als Familiennamen bekannt sind Rebmann oder Weinmann. Aufgabe Ein Winzer pflegt und kultiviert die Weinrebe. Auch die Aufgaben nach der Weinlese wie Herstellung und Vermarktung des Weines gehören zum Berufsbild des Winzers. Die Mehrzahl der Winzer ist selbstständig als Betreiber eines Familienbetriebs tätig. Zur Verbesserung der Absatzchancen und zum rationellen Betrieb haben sich in vielen Gebieten Winzer zu Winzergenossenschaften zusammengeschlossen. Ausbildung In Deutschland, in der Schweiz sowie in Österreich ist Winzer ein landwirtschaftlicher Ausbildungsberuf mit dreijähriger Berufsausbildung. Bekannt sind in Deutschland die staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg sowie die Hochschule Geisenheim. In Österreich wird an eigenen Schulen zum Weinbau und Keller Facharbeiter ausgebildet. Die Einrichtung Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg bietet eine fünfjährige Ausbildung mit Matura, die einzige dieser Art in Österreich. Nach den üblichen Kriterien für die Weiterbildung zum Meistererfolg auch diejenige zum Winzermeister. Voraussetzung sind eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung in der Regel zum Winzer und eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis. In Deutschland kann man Weinbau und Önologie an der Hochschule Geisenheim University studieren. Seit 2009 gibt es in Neustadt an der Weinstraße einen dualen Studiengang Weinbau und Önologie, der zusammen von den Fachhochschulen Bingen, Kaiserslautern und Ludwigshafen am Rhein sowie dem Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rhein-Pfalz angeboten wird. In Österreich bietet die Fachhochschule Studiengänge Burgenland in Eisenstadt und in der Schweiz die Fachhochschule Westschweiz Ecole d'Ingenieurs d'Changins ein Studium in dieser Kategorie an. Siehe auch, Patronat, Schutzpatrone der Winzer sind der heilige Zyriak, einer der 14 Nothelfer als Beistand gegen Frost und Unwetter, sowie der heilige Urban von Longre, der oft verwechselt wird mit dem Heiligen und Papst Urban I. als Helfer für gesunden Rebenwuchs. Beide Schutzpatrone werden oft mit einer Weintraube oder einem Weinstock in der Hand dargestellt, siehe auch Ampelographie, GOG, Küfer, Weinfest, Weingut, Winzergenossenschaft, Winzergilde.